Im Dezember vor 20 Jahren verkündete Prinz Horkorn von Norwegen die Verlobung mit seiner liebsten Matt Marit. Das heutige Traumpaar hatte allerdings nicht gerade einen leichten Start. Wir blicken auf die Anfänge ihrer Beziehung zurück. Prinz Horkorn traf seine Matt Marit erstmals 1996 in deren Heimatort Christiansand, im Süden Norwegens beim alljährlichen Quad-Festival. Damals war die schöne Blondine mit ihrem Sohn Marius schwanger. Erst drei Jahre später trafen sie sich dort erneut und verliebten sich ineinander. Pell Hetland, der ehemalige Presseschef des Festivals, beschreibt in seinem Buch über die Veranstaltung, wie die Beziehung des Paares begann. Sie verbrachten ihre erste gemeinsame Nacht zu Hause bei Morten Andreassen und waren die ganze Zeit zusammen. Sie hielten sich bedeckt, nur die engsten Freunde wussten, was da passierte. Horkorns guter Freund Morten Andreassen hatte ihm die spätere Prinzessin vorgestellt. Erst ein Jahr später erlebte diese zum ersten Mal den Ansturm der Presse. In seinem Buch beschreibt Hetland, Matt Marit sei damals verzweifelt vor der Menge geflohen, doch sie gewöhnte sich an das Leben im Rampenlicht. Heute sind Matt Marit und Prinz Horkorn immer noch super glücklich zusammen und glänzen bei jedem Auftritt in der Öffentlichkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.